Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht's wieder um meine Favorite Piece der Woche. Los geht's! So, Leute, wie im Intro gesagt, heute geht's wieder um meine Favorite Piece der Woche. Ich hab mich im Internet auf Suche begeben und ein paar coole Sachen für euch rausgesucht. Ich denke, es sind ganz nice Sachen dabei. Nichts über Teures. Ich denke, alle Sachen sind super verwendbar für den Frühling. Aber ich will gar nicht lange drumrum schnacken, drumrum reden. Wir fangen einfach mal an. Los geht's! So, Leute, wir wissen es alle, wir kennen es alle, wir lieben alle Basics. Und ich finde, es gibt gerade bei Pull&Bear, habe ich gesehen, sehr, sehr coole Basics. Ich werde mir die Tage auch bestellen und mir das Ganze mal anschauen. Und ich muss sagen, Preis ist auf jeden Fall mega gut, weil die Sachen sehen natürlich an so Models immer extrem gut aus. Natürlich muss man erstmal schauen, wie das für einen selber ist. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Und das ist einfach eine Anzugshose in dem Fall. Hier so eine Tailoring-Hose mit einer, hier steht mit Buntfalte. Ich sehe jetzt keine Buntfalte hier, aber gut, ist auch halb so wild. Die sieht einfach vom Fit und von den Farben. Und ich mag dieses Grau-Modelliert extrem gerne. Sehr, sehr gut aus. Ich mag diese Kombo, dieses All-Grey dazu mit einem Highlight-Piece, was drüber ist, wie zum Beispiel so einem Hemd oder so. Mag ich extrem gerne. Deswegen habe ich das als ersten beiden Pieces mit reingenommen und die Hose gibt es für 29 Euro. Finde ich sehr, sehr fair, den Preis. Und dazu das passende T-Shirt, wie man hier sieht, für 5,99. Finde ich es auch super fair. Also macht man nichts verkehrt, wenn man das Ganze mal abcheckt. Ihr habt bei sowas immer so einen Größenfinder. Nutzt den ruhig. Dann könnt ihr genau gucken, welche Größe für euch quasi die richtige ist. Und falls das wirklich gute Basic-T-Shirts sein werden, werde ich mir davon ein paar holen. Weil der Preis ist sehr fair. Und ich denke mal, gute Basic-T-Shirts kann einfach jeder gebrauchen. Kann man zu fast allem super gut kombinieren. Und gibt es auch in verschiedenen Farben. Jetzt nicht nur in Grau. Ich habe das auch noch in einer anderen Farbe gesehen. Aber ich mag diese Kombo extrem gerne. Und zum Beispiel die Hose gibt es auch noch in so einem Pastellton oder in so einem Gelbton. Das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Aber in diesem Grün-Pastell-Ton und Grau finde ich die beiden Sachen sehr nice. Wobei ich sagen muss, Grün-Pastell ist, auch wenn ihr jetzt hier seht, ich habe sowas olivfarbenes an, ist wirklich nicht meine Farbe. Ich mag mehr so die Kaki-Richtung. Trotzdem finde ich, sind das beides sehr coole Pieces. Und Piece Nummer 1 und 2, denke ich, sind auf jeden Fall sehr nice. So, machen wir weiter bei Piece Nummer 3. Und Piece Nummer 3 fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar, ja, eine coole Hose von Dickies für den Sommer. Sieht ein bisschen dicker aus. Was mir jetzt gerade in diesem Moment auffällt, dass sie auf jeden Fall teuer ist. Ich fand aber trotzdem den Colorway und den Fit auf den Fotos sehr nice. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Der Preis ist natürlich etwas, wo ich jetzt im Nachhinein sage, wenn ich das Video aufnehme, das muss man für sich selber entscheiden. Man zahlt natürlich auch die Brands so ein bisschen mit, den Namen so ein bisschen mit. Aber ich finde die Hose ganz cool. Und die ist gerade rausgekommen. Die gibt es neu im Beaston Store, der eigentlich ein sehr cooler Store ist, die coole Sachen am Start haben. Und mehr so aber in diese Streetwear-Richtung gehen. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken als Piece Nummer 3. So, dann kommen wir zu Piece Nummer 4. Und ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von diesen Overhemden oder diesen leichteren Jacken. Und ich zeige euch so eine Jacke relativ häufig. Und die hat mir echt gut gefallen, weil sie vom Fit her echt nice aussieht. Und in dem Foto, wo ich es eigentlich ursprünglich gesehen habe, war das Ganze kombiniert mit einem All-Black-Outfit mit schwarzen Schuhen, schwarzen Socken, schwarze Hose, T-Shirt. Und dazu dann diese cremefarbene Jacke. Und das sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Und die sieht auch vom Fit her sehr cool aus. Nicht zu lang geschnitten. Hat auch, finde ich, ganz nice Taschen. Mal ein bisschen was anderes. Normalerweise kennt man das, wenn man hier oben so im Brustbereich Taschen hat. Und hier unten so gerade Taschen, die sind so ein bisschen anders angeordnet. Hat auf jeden Fall was. Ist so ein cremefarbener Ton, so ein bisschen, ja, so Eierschalencreme. Auf jeden Fall nice. Gibt es aber auch noch in zwei weiteren Colorways, in schwarz und in khaki. Finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Jacke. Und wer sowas sucht, diese Overhemdjacken, Workwayjacken, das gibt es gerade im Cost Store. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. So, dann kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece sind Schuhe. Und im ersten Moment denkt man, hm, okay. Aber ich muss sagen, diese Birkenstockschuhe gefallen mir, also Style gefallen mir, weil die extrem clean sind. Ich finde, die kann man im Sommer extrem gut kombinieren zu so leichteren Sachen. Aber auch, ich sag mal, zu ein bisschen mehr so ein Mix Styling-Geschichten. Man sieht das im Moment immer mehr. Und ich finde, die sehen auf jeden Fall cool aus. Ich werde mir die Tage mal bestellen. Wir gucken uns die einfach mal an. Aber ich finde, die haben auf jeden Fall was. Und die gibt es gerade bei Zara für 39 Euro. Finde ich auf jeden Fall fair. Ich weiß, dass Crocs, beziehungsweise nicht Crocs, Birkenstockschuhe auf jeden Fall wesentlich teurer sind. Deswegen, wer sowas sucht, einen coolen, clean, ja, so Slipper-mäßig, kann sowas gerne abchecken. Die gibt es bei Zara. Finde ich auf jeden Fall gelungen. Der Schuh, könnt ihr auf jeden Fall machen. Checken. So, dann kommen wir ein bisschen mehr in die klassische Richtung. Und da gibt es gerade bei Mango so eine Leiden-Collection. Und da ist mir dieser Anzug aufgefallen. Und ich habe einen ähnlichen Anzug. Und ich finde, das ist eine sehr geile Kombo. Ich habe einen sehr ähnlichen Anzug von Suitsupply. Und der hat mich extrem gut daran erinnert. Und da es sowas nicht immer zu kaufen gibt, habe ich sowas ins Mal reingenommen. Es gibt den auch noch in diversen anderen Farben. Aber ich finde dieses Beige, zum Beispiel extrem gut hier, zum Beispiel bei My Kaki, hat dieser cremefarbene Ton. Man muss auch nicht den Anzug kaufen. Man kann zum Beispiel auch nur die Hose kaufen. Sehr, sehr nice. Also wirklich cooler Anzug. Gerade auch, wie das Ganze gestylt wurde, mit diesen Naturtönen, mit diesen Brauntönen. Zusammen Beige, Braun. Gefällt mir extrem gut. Ist genau mein Fall. Und den gibt es gerade bei Mango. Ja, das ist jetzt nur die Hose. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die Hose geht, findet ihr unten auch noch das ganze Outfit. Also rein theoretisch auch noch den Anzug komplett. Oder das Hemd oder die Schuhe. Ja, den gibt es gerade bei Mango Man. Finde ich, ist sehr nice. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. So, und dann kommen wir zu einer Hose, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und zwar bei Arcat. Und die hat wirklich eine Buntfalte, wie ihr hier seht. Die nennt sich Utility-Hose. Aber ihr habt da vorne in dem Bereich eine Buntfalte. Sehr nice. Gibt es in verschiedenen Farbtönen. Auch wieder Khaki. Wie ihr seht, die Farbe ist überall am Start. Aber der Fit ist gerade so. Wirklich so das, wo ich sage, das sieht man im Moment überall. Ihr müsst natürlich für euch selber entscheiden, ob ihr das auch tragen möchtet. Ihr müsst, wie gesagt, nicht auf jeden Trend aufspringen. Jedoch wird man natürlich auch beeinflusst durch Leute, die man sieht. Oder auch Online-Shops oder sonstiges. Wie das Ganze gestylt wurde. Hier ist es nicht besonders cool. Aber wenn ich mir nur die untere Partie angucke, sagen wir mal die Hose mit den Schuhen zusammen, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und gerade New Balance Schuhe, da kommt die Tage nochmal was auf euch zu. Ich habe mir was besorgt. Aber ich will gar nicht viel zu viel vorwegnehmen. Sehr, sehr nice. Es muss erst mal ankommen. Erst mal safe sein. Und dann sprechen wir mal in Ruhe darüber. Aber ich, wie gesagt, ich finde diese Hose sehr cool. Hat einen sehr coolen Lässling-Fit. Aber auch nicht zu weit. Ich habe mir zum Beispiel diverse weitere Hosen bestellt. Und ich finde, da geht man immer ein wie in so einem Sack. Und ich finde, bei solchen Hosen muss man auch eine gewisse Größe haben. Und ansonsten sieht das so irgendwie, ich weiß nicht. Also mir steht es auf jeden Fall nicht. Das darf nur einen bestimmten Rahmen haben. Und in dem Fall finde ich die Hose sehr gelungen. Und die gibt es gerade bei Arcat für 79 Euro. Finde ich es auch noch vertretbar für so eine Hose aus Twill. Ist schon ein bisschen hochwertigeres Material. Und ja, sehr, sehr nice. Könnt ihr gerne mal abchecken. Hat auf jeden Fall was. Ach, guck mal. Hier oben sehe ich gerade noch. Hier, das ist zum Beispiel ein Merkmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Aber hier hat man nochmal die Knöpfe. Darüber kann man die Hose sogar nochmal enger machen. Man muss sogar nicht mal einen Gurt tragen. Man hat die Möglichkeit, dadurch das Ganze nochmal ein bisschen enger zu machen. Ist auf jeden Fall was. Wirkt auf jeden Fall hochwertig. So, und dann kommen wir zum letzten Piece. Das letzte Piece ist schon wirklich in Richtung Sommer. Aber heute zum Beispiel ist es auch extrem warm draußen. Und der Sommer naht. Und ich finde die Schuhe, diese Römer-Sandalen extrem nice. Ich habe selber welche. Meine sind extrem günstig gewesen. Mal von Zalando, von Sein oder so. Aber die haben mir echt wirklich gut zugesagt. Die sehen sehr, sehr cool aus. Und ich finde das auch einen Stil, den man im Sommer cool kombinieren kann. Gerade mit diesen lockeren Hosen oder so ein bisschen schicker mit Hemd. Und so, finde ich, wirkt das sehr harmonisch. Und diese Schuhe gibt es bis in den Sandalen, gibt es gerade bei Zara. Und natürlich auch noch zwei Colorways. Wobei ich sagen muss, dieser weiße Colorway ist nicht ganz so mein Fall. Wenn man ein bisschen braun gebrannt ist, wirkt das bestimmt nice. Aber der schwarze ist schon eher so mein Fall und finde ich auf jeden Fall nice. Und auch für 39 Euro auch voll vertretbar. Und ja, das ist auf jeden Fall das letzte Piece. So Leute, das war es mit meinen Favorite Piece der Woche. Wie gesagt, finde ich auf jeden Fall coole Sachen dabei, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Vielleicht auch Richtung Frühling auf jeden Fall auch sucht. Deswegen lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ihr würdet mich und den Kanal auf jeden Fall mega damit unterstützen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Links wie immer unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Peace Leute. Ciao.